So, okay. Schauen wir uns mal unten. What can we do? Wir gehen mal weg. So, was haben wir denn hier? Ansehen. Haben wir hier irgendwas drin? Maybe dead inside. Wir gucken mal. Ah, was haben wir denn da? Eine Seine. Ah, na toll. Ja, nimm ihn. Naja, er ist aber noch nicht tot. Also, er ist... Wir sind nicht tot. Sollte ich ihn vielleicht erstmal... Probiert einfach. Das ist eine Falle. Ich werde es auslösen einfach. Oder doch nicht. Er ist doch einfach jetzt nur mit einem Kopping eine Wand geknallt worden. Das war noch nicht toll. Was macht er denn jetzt vom Meter weg? Wo geht er hin? Was macht er denn? Okay, wir brauchen Strom für das Ding. So, hier ist die Batterie und... Scheinbar müssen wir das hier irgendwo mal anschließen. Untersuchen. Na, vielleicht stellen wir irgendwo eine andere Autobatterie. So, das wird Schraubenschlüsse verwenden. Ach so. Könnt der jetzt schon ziehen? Sehr, sehr schön, Blackwarf. Vielen Dank dafür. Danke, das war ein wertvoller Beitrag zur Gesamtsituation hier. So, wir brauchen eine Batterie, Freunde. Eine Batterie. Schauen wir mal, wo wir die finden. Irgendwie brauchen wir Strom für das Auto hier. Ich rufe mal einfach hier irgendwo hin. So, wer ist das? Das ist... Wir haben den Namen tatsächlich von... Konrad. Konrad ist das? So, was haben wir da? Ah, aber hallo. Start-Hilfe-Kabel, sehr schön. Ach, die klingelte. Das ist Nase. So, schauen wir mal. Wir sprechen mal mit Clemmy. Moment, Junge-Dame, wo denkst du, gehst du hin? What's up? Ja. Wo ist AJ eigentlich die ganze Zeit? Wo ist der kleine Junge? Hm, ja, das war wieder eine klassische Teenie-Antwort irgendwie. Halb vage und nichts aussagend. So, wir waren gerade gerade. Sie sieht ziemlich cool. Aha. Ach, Kinder-Nini. So. Konrad. Beschissene Frage. Ich bin nicht gut. Ich weiß. Let's just get this shit over with and get to Richmond. So, hier haben wir auch nichts machen. So, wir haben Start-Hilfe-Kabel, aber... Womit... Soll ich jetzt... Das ist einfach ganz stumpf die Batterien verbinden? Das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. So, drücken. Ich würde mich hier hin. Wir versuchen erstmal. So. Ich nehme die Bob. Gerne. Auf die Hütte. Du solltest besser nicht messen mit meinem Baby hier. So, danke, Geralt. Oh, entschuldigt. Na dann. Here goes nothing. Hey! There we go! I think we're set. Ziemlich laut. Und natürlich eine Menge Walker. Get the Walkers! Scheiße. Kann er nicht mal einen machen hier. Einfach nur in Ruhe. Shoot! Kill! Oh! Oh, ich bin tot. Oh nein. Falsch gedrückt. Äh, ja. Klicken, um fortzufahren. Das lieb jetzt. So sehen wir. Honey! So, I'm coming. I'm coming for you. Snap! Eeeh. Na, 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 na. Hier nicht so rumarsen hier. Mit den Kugeln. Auf nach hinten. Ja, ist das rum. Komm, Ratz, komm jetzt. Steh da auch noch an die rum. Ah, keine Kugel mehr. Los, weile dich, Mann. Oh. Oh, das war jetzt ziemlich viel. Na, nein, verpist. Sehr schön. Jetzt hängen wir mal auf dem Scheiß-Dings fest. Schieben, los, schieb es. Hab ich still. Ah, super, Game. Geh da, Game. Bester Mann. Oh. Falsche Ecke gedrückt. Hier. Ja. Das ist aber hoch. Meine Fresse. Hochdramatisch. Ah, je. Okay, wir kommen also nicht mehr aufs Dach. Oder anscheinend nur über die Mülltonne. Aber wir haben uns selbst geflashbankt. Das ist... Come on. Oh, zieh, Konrad, zieh. Na, greift doch jeder nach meinem Schuhknie. Und die Horde ist da. Toll. Scheiße. S onlar jetzt da herunterkommen? Ähm, 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 ähm. Wir gehen... Wir gehen... Ich bin nicht so, dass ich unsere Angelegenheit habe. Großartig. Das ist einfach großartig. Was werden wir da machen? Hör auf. Hör auf. Hör auf? Ich werde nicht hör auf. Elinor ist da allein allein. Wir werden nicht mehr in dieser Beste. Das ist nicht wahr. Woh, 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 stop. Es gibt jemanden da hinten. Was? Woher? Ich dachte, alle runter. Warte, war das alles ein Trapp? Hör auf. Hör auf. Ein Mann könnte ein Rettung haben. Wer auch da draußen ist, wir wollen keine Probleme, okay? Was zur Hölle? Er ist weg. Alle, bleib hier. Bleib hier. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Hör auf. Ja, meinst du jetzt der, der jetzt gerade so ein Halbtaubenohr? Gleich ein Schwindel? Sollst du das jetzt klären? Lass doch bitte bitte den Tor-Geralt machen. Ich sehe nichts. Scheiße, ich möchte jetzt ohnehin verschießen. Und, ist der Jesus? Tja. Kami, was wir jetzt machen? Rüber mit dir. Na los, komm. Rüber mit dir. Da steht er. Ich tippe tatsächlich. Ich glaube, das ist wirklich Jesus. Also, ne. Der Charakter aus The Walking Dead. Nicht. Oh, ist ne Falle. Ist ne Falle. Und wir haben eine Wache am Kopf. Und wir haben eine Wache am Kopf. Ja. Das Ding ist nicht ein Spiel. Lass ihn. Oder du kannst dich selbst verletzen. Jetzt, dann. Ich werde nicht schreien. Nicht, wenn du mich gemacht hast. Ich will nur sprechen. Du verstehst mich? Ich will nur ein Wort haben. Das Ding ist nicht. Ich will nur ein Worten. Also, du. 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 Wir haben alle. Recently. Ah, frische Wände. Das macht Sinn. Du gehst in Richmond. Das sagt mir, du hast etwas zu tun, was da drin ist. Die Frage ist, wer Seite du willst? Schau, Mann. Ich weiß nicht, was du... Oh, komm, los! 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 Ah, was ein wilder Kampf. Don't move. Don't move. Sag mal, ist das hier wirklich in seiner Mütze oben so... Das ist die Logo? Kennt ihr das noch aus der 90er? Oh, weia. Das sieht so ein bisschen anders aus. Aber könnte doch nur kritzel sein. Hey, Mann. What do you mean by them? Who's them? You know what I'm talking about. The new frontier. What? No, I'm not with those guys. Da, hier vorne? Wie sieht's aus? Avi, this guy's full of donkey shit. Do you wanna let me talk? What's the point? How can we trust anything you say? I don't think he's with those guys. Look, I'm telling you. I'm on my way to Richmond, just like you. I lost touch with some good people there, when the new frontier took off. Irgendwie, um so ne Falle zu stellen, wie er jetzt. What did you say? The new frontier. They took over Richmond. Oh, scheiße. Okay. Don't tell me you didn't know that. Und scheinbar ist AJ da. Oh, god. Eleanor and Kate. They're headed right to the middle of those assholes. At least now we got an excuse to go after those motherfuckers. What are we gonna do? Everyone, just calm down. Calm down? Calm down? How the hell do you want us to be calm about this? They're gonna fucking kill us. Not if we get to them first. There's an old train tunnel that runs under the James River. From what I hear, it should be a straight shot into Richmond. A train tunnel. I could lead you guys there. But since a hobby here, send your good people and all, you could lower those guns first. Lord in my ass. We're gonna tie you up. He's Michael, right? That's really not necessary. I don't know. We just met this guy. We all just met him. Lower your guns. Avi, man, don't. Do you trust me or not? Thank you. This way. Hey. What do we call you? Sorry, forgot to introduce myself. It's Paul, but my friends call me Jesus. Nice. Nice. Alles klar. Jesus auf jeden Fall nice guy. Irgendwie, äh, aus der Originalserie. Also, dem können wir wirklich vertrauen. Hu. Vertrauen, was so schief in den Auswirkungen sind. Jesus, sein spanischer Bruder. So, wirklich, gerade hoch hipokert hier. Wir können hier hide. Ja, jetzt sieht der Moni so sicher aus. Don't worry. It's gonna be okay. Mann! Ich geh mal nicht ständig auf die Leertaste. Aber, ich muss sagen, AJ bleibt, äh, erstaunlich ruhig noch. Ganz gut. Ist doch geil so, man kauft sich halt einen Silent Rechner, Silent Gehäuse. Aber... Eine andere ruhige Tastatur. Klack, 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 klack. Ah, scheiße. Gerade hab ich noch gelobt. Äh, gelobt. Den kleinen AJ. Ich sieh. Ich schütze nie. Ich schütze nie. Säge. Hopefully find us some dinner. Son of a bitch! Hey, I can hear you in there! Let me in! Please! What? God, there's so many! Please, don't leave me out here! Oh, shit. Hey there. Hello. You can keep that thing pointed at me if it makes you feel better. But if you shoot me, you'll have to deal with all of them. Pretty big group of them out there. But it'll pass. Eventually. Stop talking. Do what I say and you might survive this. Yes, ma'am. So. Das ist ein Brett, man! Das hält doch nicht! Well, I'd say we make a pretty good team. Two of us. The three of us, I mean. Thanks, I guess. No problem, kiddo. Anytime you need an oversized doorstop, you know who to call. He's a cute kid. You guys living here? You seem kind of young to be a mom. You don't need to be a mom. Thirteen? Damn. You're a child yourself. His real parents are gone. I'm all he has. Then he's cute and lucky. He has someone looking after him. Not much of that anymore. We were out there scouting. Nothing out of the ordinary. And then... Chaos and... Shit. Less than a minute. Those bastards are slow, but goddammit, when there's enough of them. I got separated from the efforts. God. I hope they all made it. Thought we were ready for anything. What were you scouting for? Gas? Water? Any supplies we could find really? Sure as hell was worth it. My people are probably at the rendezvous by now. What's left of them at least? By the way, I'm Ava. And my group? We call ourselves... The new frontier. Hmm. Hmm. Yeah, yeah, Angie. I'm always skeptical. I'm always skeptical. Where are you coming? Meet my people. Okay. We have food. Blankets. A bottle of water. Come on. Dinner is on me. Hmm. We have no idea. We have no idea. We have no idea. It sounds good. It sounds great actually. In the way when the herd is gone, my people will find us. Ich muss hier sehr viele Kompromisse einnehmen. Ne, 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 ne. Was wird denn das jetzt? Achso, okay. Okay. Das ist Brad Pitt, was? Was? Naja, das ist jetzt nicht schlimm, finde ich. Schöne Einstellung. Sie hat, sie hat tatsächlich nur noch. Deswegen, sie hat sich ja gegen die gestellt, also... Wer ist er, das er jetzt richtet? Perspektivisch, finde ich, sie hat ziemlich cool gemacht. So, jetzt von der Kamerafahrt, so. Ziemlich cool. Das war ein Fehler. Und so war es nicht, dass ich dir darüber gesprochen habe. Sag mir, du bist immer noch einer von ihnen. Keine Chance. Naiv von mir hier, ey. Aber wir reden hier von Clemmen. Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen. Also, wenn wir nach der anderen Seite dieses Tunnel... Ich lasse. Ihr planenst auf uns zu beheren? Shhh. Ihr alle hört das? Von dort. Ihr könntet ihr nichts sehen? Sej, jajajajajajaj. Sie sind überall. Sie sind. Sie sind. Watch out! Hoppapa Ei, 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 komm! Och, hier, geht mal hier! Neo, alter! Ah, Mann, Jesus hat's drauf! Oh! Hi! Oh! Oh! Trust almighty Conrad! Now every walker in the fucking county is gonna be heading this way! Come on! Follow me! No! Okay. What the fuck? No one ever mentioned a train in the way. You better find a way around it. We're fucking dinner. Maybe we can just go through. Well, does it open? Come on! I got it! Come on! Daylight's ahead! Thank you fucking god! Let's go! I feel how those walkers following us. Javi and I will block the door. You guys go ahead and make sure it's clear. Make it fast. We ride the head up. I'm staying here. Pull the door shut until I can find something to barricade with. Tja. Machen wir einen Horror-Ails hier. Los! Tee! Komm! Und rump' es ab! So! I can't! There's too many! Help! Wham! In your face! Now! Okay, let's go! Knapp! We gotta... Was denn nun? I would touch that gun, girl. You either cowboy or... What the hell are you doing? I heard you too. You think I'm stupid? Finish your little story. Now! We... We need to keep moving. No. You need to talk. Conrad, this is crazy. What's crazy is, you cover for her! Roll up your damn sleeve! What? Why? I fucking knew it. You're one of them? You're goddamn right she is. What other bullshit did you shove down our throats, huh? I'm fucking believable. She has a right to her secrets like you have a right to yours. Secrets isn't the point. You're missing the bigger picture, son. Don't you see? We bring her to Richmond. They'll give us whatever we want. Medical help for Kate. She's our bargaining chip. They won't bargain with you. You don't know them. You won't know until we try. She's not a bargaining chip. She's a friend. Oh. I'm sure after less than a day, you two were just soulmates. Not a chance in hell. Seriously? It's our best option and you know it. Hell, it's our only option. Go to hell, Conrad. I'm not doing this. If you want to shoot me, shoot me. How about I shoot your little boyfriend here instead? What the fuck, Conrad? Look, don't let her walk through that door. This guy's crazy. Shoot out, guys. Shoot out, shoot anybody. I'm just gonna go. Don't take another step. Javi, please. No. I'm just gonna go. You two should go. What about you? You'll find my own way. He's dead. Oh, God. It just happened so fast. We're moving on, Gabriel. Now. Now. Let's go. Now. Let's go. Where is Conrad? Did he not make it up? He's... He's gone. He didn't make it up. I'm sorry. So that's it? He just... Oh man. Conrad. Conrad. Shit. Fuck. Try to stay quiet. Jesus fucking Christ. Turn it, Conrad. And a girl, where is she? Or... Julie's in the world. Julie's in the world. The other thing is happening. Or... Julie's in the world. She's not our problem anymore. She's gone too. God. What a shit show. This isn't what any of us wanted. But right now, we need to find Kate and Eleanor. Ach, man ey. You're right. I just wish... The gates are this way. People are here. That's where they would end up. Why is it so quiet? I thought there would be new frontier, marching in the streets and shit. Practice on walkers or... Whatever the fuck they do. Maybe we just got lucky. Yep. Hinten sind noch welche. Ah fuck. Did they see us? I don't think so. Can you see anything, Javi? What are they doing? That's their car! Hey! Keep it down! Hmm... Sind wir schon da? Kate? Kate, can you hear me? Kate, talk to me! Say something! Javi? Yes! Could really use something to take the edge off right about now. Oh! Oh! Jesus Christ! You scared the hell out of me! Kate! Are you... Are you okay? Come here! Where's Eleanor? She... She... She went ahead to get help. She hasn't come back. Damn it! Damn it! You must get her. Jesus! How far is it to their compound? Not too much farther now. A couple blocks, at most. Gabe, help me lift her up! I'm thinking Kate's not gonna make it much longer. So it's time we walk up to their front door and say hello. Alright, fine. Here we go. There it is. New Richmond. We're here, Kate. I'm gonna get you inside, okay? Javi? If they can save me... How about you and me finally take that trip to Norway? The Northern Lights. Remember? Sky lit up all green and purple. As long as we make some time to hit the slopes. I'm in. Jesus, there's a solid possibility this isn't gonna go our way. If you wanna stay behind, I wouldn't blame you. Hey! This is where I was going in the first place. Hey! Oh, not her, man. You again? You must have some kind of death wish. She needs medical help. And you help one of our people. Uh-huh. What's your point? After what you did to our people? I'm not inclined to help any of you. I know we've both got a bone to pick here, but we can hash that out later. She needs to get to the hospital or she's gonna die. Then I guess she's gonna die. It was your men that shot her. Your bullets. You owe it to us to help now. We don't owe you shit. It's got nothing to do with me. Your people, your problems. I need her, okay? She means the world to me and I couldn't take it if I lost her. Losing people's just a part of life. If you're not used to it by now, I don't know what to tell you. Please. Kate's dying. She needs help. It's not like I don't have a heart, okay? But your people started this whole fucking thing in the first place. Let's not forget what you did at Prescott. What you did to our home. Prescott, right. That whole situation was a damn mess. It happened. It's over. Nothing I can do about it now. Please. I am begging you. Just let us in. Now all of you, lower your weapons. Might be a good idea to play along here. At least for now. You put him down. I'll see that as an expression of good faith. Nice and easy. Or else this is gonna end bad. Everybody. Put him down. Er hat eine Pistole, alter. You're the boss. Drei Stromewehre. Yeah. Okay. Zwei. Hands behind your heads. Wally. We let him do this. It's over. We can't give him another wrench. Er hat keine Wahl. Er hat keine Wahl. Was soll ich tun? Ach, leck mich doch fett, alter. Komm, hör auf. Ha. 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 It's our brother. It is our brother. It is our brother.